das war es toll 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 das war es das stecke ich hier fest mit einem Jackpack oder was müssen wir jetzt hier lang war und dann die Höhle oder was? War das hier die Höhle? Zack Lava aus Falsch, hier war das nicht. Wo waren die in der große Schlucht? Den hier im Abbau und zack zack Was bau die Dinger hier ab? Ich kann hier nicht abbauen, es ist kein Haken dran Hack das ab man! Das hier? Ja und einsammeln Ich denke er muss immer Haken dran sein Oh oh, er probiert Moment Dauert nur ein bisschen David, willst du eine Herausforderung? Ich nehme die Herausforderung an Okay Wie kommt hier jetzt dein Gegner? Nee warte 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 Nicht hier bei Lava, Lava ist blöd Lass das äh Lass woanders hin Nein Das warten ist lauer Ist mir egal Wir gehen auch hier vorne hin Mach hier ein bisschen Licht für uns Für den Masterkampf auf Desaster Ah! Ah! Gute Herausforderung Danke! Danke Dass du mich mal warnst hier Das ist Spinn, der mich einfach von hinten anschmeckt Oh! Hier warte mal kurz Da kommt Creeper und so rechts Äh kommt ganz viel Äh wir sollten Ich kann den nicht Ich kann den nicht War ich das jetzt? So, noch einer Ist ja easy Mach dir denn jetzt äh Ja hier kommen immer Viecher Ja also da haben wir nur So Da haben wir nur Weiterlauf Jetzt will ich dir eine Herausforderung annehmen erstmal Okay Round 1 Fight Nein What? Du hast den Ding gefangen Ja ganz schnell Ganz schnell Mal eben so oder was Ja Du willst mich doch wohl verarschen So Da sehe ich irgendwie nix mehr hier Ihr macht mich hier noch fertig ey Dunkel hier Eigentlich schon ne Wollen wir müssen mal nicht machen Ach das ist der Gang Ne Wo ist denn die Riesenschlucht gewesen? Was? Hier ist eine Schlucht Ah hier Hier ist eine Schluchtenzone Hier und kein Jackpack mehr Könnte man sich ja austoben Da ist ein Zombie Da ist der Äh Ein Creeper guckt mich an Hallo Creeper Hat keiner einen Bogen gebaut? Noch keiner Das habe ich hier schon alles freigebaut Ballert Damit wir hier drüber kommen Oh hier ist ein Skelett Tschüss Guten Flug So Sparta mäßig runtergekickt So ich baue jetzt mal Ne ich baue nicht alter wenn ich runter fliege ich hab kein Jackpack Ja ich wollte grad sagen Ein Skelett schuss und du fliegst da runter Ich mach es mir dicker hier Ich mach es mir dicker Ja und mach dir einen dicken Gute Shift-Taste ne nicht vergessen Ich mach ein dicker Ja unten sind die Spinnen und so ne Jetzt habe ich keine Steine mehr Was ist das hier für ein Scheiß Oh jetzt brauchen wir ja Hm Geht doch Gibt's denn nicht mal So Tschüss Ja Wollen wir mal den runter schmeißen Ja das war ja sehr clever ne Klever Wieso gehen wir nicht einfach Wasserfall runter so Jürgen Klever Weiß ich nicht Geh doch Na Oh Nein Du bist doch runter gefallen Du bist doch runter gefallen Wer war Das war doch nicht meine Schuld Nein Gott nicht Ich hab dich in den Wasserfall reingeschpuckt Und du bist dann runter gefallen Ja ganz elegant runter gefallen Ja ganz elegant runter gefallen Was war das jetzt hier schon wieder Was war das jetzt hier schon wieder Mach nicht unser Radhaus kaputt Hier Komme ich jetzt Ah mein Jetpack ist leer Ich muss jetzt den ganzen Weg natschen oder was Ja muss ich auch Boah Boah Echt jetzt Ich hab keine Waffen ne Ist ohne Waffel Und es ist dunkel Hm Können sie ja einen Weg nach oben graben Wie wärs denn damit Hm Ja ne ist klar Ich schleich mich jetzt hier durch Ah Hinten Wo ist die Sonne Der Mond Da ist ja mitten drin Ey Ist doch kacke Ich komme näher Jungs Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Was ist hier los alter Slimy alter Naja ich hab auch gesehen Aber irgendwie bin ich ja Ich bin ja nochmal gestorben Und nochmal gestorben Und so Ist das ein kleiner Oder was nur Ja normaler Da ist ein Loch Da könnte rein spielen Da unten So warte mal kurz Ich muss mal ganz kurz nochmal den einen Punkt wegnehmen Creeper Du bist uns schon mal vorbeigelaufen Mike Geht auch nicht anders man Ich wird gejagt Was? Wo? Ja eigentlich stehen Wird ja helfen aber ich hab nur so drei Leben Ne ihr seid mich da Und ich will nicht auch noch sterben Warum lebt denn da alles noch Es ist doch hell mittlerweile Siehst du mich? Ja ich sehe dich da oben aber wie komme ich da hoch Ja wenn Mike Äh David jetzt zu mir läuft Dann ist direkt vor mir so ein Loch Ja Da muss er rein springen Da wo ein Klotz ist ne? Mhm Okay Warum kannst du die nicht umbringen Alter du Gammler Weil ich fast tot bin Und ich mir auch noch eine meine Sachen Verlieren bin Mama 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 Wie soll ich denn da hinkommen wenn da ein Bogenschütze ist? Kannst du mir das mal sagen? Wie soll das gehen? 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 Du sollst doch gar nicht hier Du sollst hier hin Die sind überall Guck doch mal wie viele da sind Ja Dann heul mich rum Und such den eigenen Weg So Also Wie komm ich denn jetzt unten hin? Ich muss runter Das ist mal Leiche Der weiter hat den Strom folgen Der ist genau auf deinem Auf deinem Dings Aua Alter Diese Mist gedrückt Warum ging die Skelette eigentlich kaputt? Weil sie im Wasser sind Dann verbrennen sie nicht Wasser löscht Ich geh jetzt erstmal zurück und heil mich hoch Dann kann ich euch wieder helfen Jaja Bei dem oder anderthalb eigentlich kann ich euch nicht helfen Ich Warte Ich Warte Hesamaha Hedemaha Leck mich am Arsch hier Das dauert alles viel zu lange Achtung hier ist auch noch ein Zombie Mike Wo ist denn meine Leiche? Ich finde auch grad irgendwie nicht meinen Tod Todpunkt sehe ich aber Genau in dem Wasserstrahl Ach da Versteckt Habe ich schon dreimal geworgt Ja ich weiß ich hab mir auch schon runter und so Aber es ist schön platziert ja im Wasserstrahl Da ist er Der Ah das kann ich ja Wo ist denn meine Leiche? Weiß ich noch nicht wo du gestorben bist Weiß ich noch nicht wo du gestorben bist Weiß ich noch nicht wo du gestorben bist Nein nicht in der Luft Dann liegt die irgendwo auf dem Boden In der Luft wird sie nicht spälen Ich hab doch hier diesen Strahl Ne? So Ja und da ist er in der Regel So wo ist denn dein Strahlmerk? Vor ich mach mal ein bisschen Licht für dich Vielleicht ist es denn dann Bist du denn? Hp ist gleich Ich kann ja nix machen Ich komme ja nicht Ich rette dich Ich rette dich So das mach ich dir mal ein bisschen Licht So Hast du mal was zu fressen? Ja hab ich Hopp Hopp So und du sagst mir jetzt wo der ein Strahl ist damit ich den Ich steh genau drinnen Ja dann äh vielleicht runter oben Keine Ahnung Also ich steh genau eigentlich drinnen in dem Strahl Okay Das ist ja ein bisschen merkwürdig Ich bin doch eigentlich in der Luft gestorben oben Dann ist er vielleicht oben Ja wie soll ich denn da hinkommen? Ich meine oben auf der Decke Also oben über dem Ach mi, Zombie Gibt's auch Komm her du So So Der Herr Eine Trophäe Jawohl Hast du mal ein paar Steine für mich? Dann will ich rauskommen hier aus dem Loch Warte ich mach erstmal den Zombie da hinten weg und dann Kann ich dir gerne helfen Kann ich dir gerne helfen So Ich kann auch den Weg Wegfreibahn Aber ich komm jetzt nicht weg oder was? Was ist denn hier los? Oh bitte Ja das ist ein Creeper Oh oh Chris war da Chris war richtig gerade perfekt da Warum sagt denn das? Der Held kommt immer aus Also hier ist mein Strahl Genau hier ist mein Strahl Genau Da musst du vielleicht ganz oben Weil jetzt da oben auf der grünen Fläche Weißt du wo ich meine? Musste hoch erstmal wieder Und dann äh Aber unten drunter kann ja nicht Wie ist es? In der Luft Ha ich hab ein Creeper getötet Gehst du da drunter? Dann mach ich's kaputt Ja dann mach mal kaputt Ja das geht nicht in der Luft Ach da Da dachte ich Falsch gedacht Nein da ist immer das ganze Zeug so Aber wo ist meine ganze Rüstung? Der ist hier oben noch Wo denn? Her So So da wär Oh ich hab'n Bogen Ich hab'n Bogen Ich hab'n Bogen Bogen? Ich hab'n Bogen Ich hab'n Bogen Ich hab' komischerweise keine Keine Schuhe Und keine Meine ganze Rüstung ist weg Ja das ist äh Aber meint's die Creeper haben das alles in die Luft gejagt? Was? Ich hab'n Bogen 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 Da ist ja nicht so schlimm jetpack ist noch wichtig ja total ihr wollt gibt nur jetzt weg sind da nicht so voll wie machst du das mit zurückfliege ein creeper creeper auf 3 uhr 2 nein wir werden wir glauben ist wieder ein spaß die zombie kummer spassiker und der ist aber wirklich spastisch hat er noch einen hut auf deswegen bestimmt die schießt sich denn jetzt gibt die jetzt oder nicht ja warte warum hast du mich denn tot wie tot weil du mich abschießt hat schon gegeben action man hat einmal hier erstmal christ jetzt mal ein jackpack und es dauert dass die 1 viel zu lange wirst du ja mein jackpack liegt vor mir hier wusste ich will jetzt darum den treffen ich habe keine feine mehr so wir machen erst mal ein bisschen mehr licht will ich sagen hier ist es mir einfach achtung kippe er kommt viel zu viel körper hier du musst ja alles mit fackeln normalerweise aus ballern ich muss noch mal ein sportpunkt finden zwischen den dungeon oder was ich kann es noch nicht was willst du spinne also hier oben geht es weiter du bist hinter mir das ist doch achtung kripper weg 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 das nachher explodieren aber einfach freie bahn hier ich muss noch was essen ich bin schon was tot jetzt mal regenerieren jetzt warten mal bis er christ kommt der mann und der rote komplexität und an jackpacks ich habe tausend hüte mittlerweile hier da unten kommen auch welche raus wort überall kommen sie daneben hier vorne hier vorne hier vorne Mike hier kommen sie bei mir hier 2 Zombies 1 Bogenschütze auf 9 Uhr sie kommen daneben sie hat gesessen sie hat gesessen ich habe zu viel Wasser Achtung hinter dir da kommen sie raus da unten meint er es ist doch schwer hin weil es Wasser ist und so das ist ein bisschen langsamer trifft ich zweimal oder so Wir müssen mal auf unser Jackpacks warten und Chris da... Ach! Was musst du da warten? Du kannst auch anders machen. Du kannst ja... Alter! Von wo? Da, im Wasser! Dann warte, du Schleule. So, Wasser ist weg. Jetzt kannst du hier warten. Aber... Ja, aber hier ist einer im Wasser. Rechts von nur hier. Also... Fick dich doch, Alter. Nein, Mann! Ich will nicht sterben! Töte ihn! Junge, Junge, Junge. Jetzt muss ich schon wieder was essen. Ich brauche Rüstung. Unbedingt. Was? Ich habe ihn gesehen. Er hat mich gesehen. Steh den. Hahaha. Das heißt, unser einsamer Hate kommt wieder. Ich sehe auf der Karte, wer kommt? Haltet durch, mein Freund! das war ein paar klatschen zurückgehen weil es hat das dann keine keinen sinn hier wieder weggemacht wieder eingefangen ich nicht hätten das mit dem buch ja aber ich meine das ein und aus ist so wollen wir jetzt nach runter gehen und die noch klatschen oder was wollen wir hier hochgehen und die klatschen mit seinem jetpack nicht das rausschmeißen erstmal hier krieg es kommen wir können ein paar klatschen hier kommen ich habe das wasser jetzt so weit alles weggesperrt ich will es mal das wasser weg machen so obwohl irgendwo sind zombies ich war mal da ist wasser weg ist nervt mich da hinten so aus die maus so er ist somit 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 fahm wohl tötet sie alle es geht hier noch voll runter und hexe kopf ich bin getroffen ich bin getroffen komm her du blöde jetzt habe ich was bekommen auch getroffen kann ich nichts machen wenn es jetzt alle sterben ist das hier schon ende hier unten man weiß es nicht man munkelt ist das hier das ende so ihr es 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 Vielen Dank.